So, hier unten. Vielleicht pflanze ich dann auch wieder einfach ein paar Bäume nach. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber erst wenn hier alles decayed ist. So, würde ich mal sagen, da und hier und dort. Da auch mal. Hier liegt noch Fleisch. Da haben wir auch noch eine Höhle. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch noch gar nicht, was in der anderen Richtung da ist. Jetzt mit 1,7 neu generiert. Ja komm, sei doch mal still. Zombie-Spawn-Rate funktioniert hier natürlich weiterhin gut. Auch wenn er alles noch alte Region ist. So. Ich esse einfach mal einen Apfel. Weil ich es kann. Ach, zu früh gewechselt mit auf der Axt. Naja, egal. So. Das war es. Die erste Axt kommt mir schon ein bisschen mehr vor jetzt. Da haben wir noch viel zum Abholzen jetzt. Ah ne, nicht mit dem Schwert unbedingt. Und. So. 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 Ich bin mal wieder sehr still, aber auch nur, weil ich mich beim Bäume fällen immer ein bisschen mehr konzentrieren muss. Und weil mir auch gerade kein Thema so einfällt, spontan. Oh, der ist schon gewachsen. Der andere auch. Komm, das kann ich nochmal abreißen. Das braucht gar kein Mensch. So, hier hinten könnte man auch nochmal ein bisschen was pflanzen. Hat mir damals auch einiges abgeholzt. Und damals ging es ja auch, ich kann mich erinnern noch, was ich da für ein Thema hatte. Und zwar einmal irgendwas, wo die 1.7 rauskam. Da habe ich doch gefragt, warum. Weil Gronkh hatte damals gesagt, die Updates sind überbewertet von Minecraft. Da hatte ich so ein bisschen drüber gesprochen. Ach ja, ist schon wieder eine ganze Zeit her, muss man mal sagen. Man sammelt schon immer seine Erinnerungen. Besonders wenn man dann wegzieht und sich dann wieder hierher mal zurückbegibt, einfach nur um Heut zu sammeln oder sowas. Da erinnert man sich doch schon gerne mal wieder zurück. Oder ob man da hinten war, einen Sand zu holen für das Glas. Kann ich mich auch noch erinnern. Ach komm, ich gehe jetzt mal schlafen. Ach, natürlich genau daneben. So, ich denke mal, ich mache das jetzt folgendermaßen. Vor ich mich hier reinlege, äh, oder? Nee, komm, ich lasse das Bett da stehen. So, komm, jetzt mache ich auch mal Musik aus. Okay. Ja, die ganzen Saplings, wenn er mal ein paar de-spawnt, ist mir dann auch egal. Ich brauche die eh nicht. Wir haben ja noch welche in der Kiste. Also zum Nachpflanzen reicht es schon. Das, was wir jetzt haben. Ah, was läuft hier noch alles rum? Achso, wir waren ja gerade erst schlafen. Na klar, noch ein Creeper. Warum auch nicht? Die mögen wir ja so. Ach, nee, ich weiß. Haben wir Melonensamen gefunden. Ich weiß es gar nicht. Achso, ja, wir können ja immer wieder abernten. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir schon in den neuen Truhen Melonensamen haben. Aber wir waren ja schon mal in der Mine. Und ich glaube doch, da durften auch welche sein. Bin mir nicht sicher gerade. Wenn ich vielleicht irgendwann auch mal Melonen anbauen will und so. Obwohl wir sie eigentlich nicht unbedingt brauchen. Außer später für diese... Ne, das ist auch nur Trank der Heilung, gell. Aber Trank der Regeneration ist ja der geile Trank. Aber den kriegt man nur durch Gasdrehen. Die ja dann auch wieder ein bisschen teurer sind. Ach, ich dachte, das sind Spinnen. Dabei ist nur so ein oller Stamm. So. Haben wir ja noch irgendwas. Da haben wir noch einen Kandidaten. Ja, komm. Ich denke, du hast eine Chance gegen mich. Guck mal, ich habe Eisenrüstung. Musst du erst mal haben. So, äh. Hier wieder so ein Riesenbaum. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich wollte heute... Oh. Na gut, wir haben schon einiges zusammen. Aber ich will in nächster Zeit nicht wieder so oft losgehen müssen und Holz sammeln. Deswegen bleiben wir hier noch mal ein bisschen. Nein, nein! Oh. Mann. Wenn sich immer so von hinten anschleichen. Das war ja so ein klassischer Creeper-Angriff. Richtig klattisch. Das Ding kann man noch wegreißen. Was guckst du, du? Ich weiß jetzt nicht so richtig, was er erzählen soll. Ach, den lasse ich mal. Das so verwachsen mit der Birke. Die Lebensgemeinschaft will man nicht zerstören. Steak ist echt effektiv als Äpfel. So. Na gut, Steak ist ja eigentlich auch das Nahhafteste hier in Minecraft. Weil, ähm, das macht einerseits die meisten Hungerpunkte. Andererseits auch sehr viele Sättigungspunkte. Also, wie lange dann man dann satt bleibt. So, hier. Haben wir noch... Ach, schau, wir haben hier. Nochmal im Loch des Vorgängers. Ach. In meiner anderen Welt, gell, da habe ich übrigens ein Creeper-Loch. Da sind bestimmt schon zehn Creeper drin explodiert insgesamt. Oh, wo geht's denn da noch hin? Auf jeden Fall nicht zu guten Leuten. Na gut, nicht weit rein. Na gut, nicht weit rein. So, ich wollte mal gucken, wie lange ich es aushalte, mal nichts zu sagen. Das mache ich ja mittlerweile auch schon seit 40 Folgen so. Soll ich mal durchlaufen? Aber erst würde ich sagen, pflanzen wir mal nach. Und hier, das nervt. Sechs Äpfel haben wir hier, das soll ich... Ach so, noch ein Steak, das kann nicht wahr sein. Ich denke mir, hier oben fange ich dann wieder an. Mehr brauchen wir nicht. Ich lasse mir mal ein bisschen Abstände. In meiner anderen Welt, da bin ich ja immer so gewöhnt, ein bisschen enger das zusammen zu machen. Aber hier lasse ich es dann doch mal. Weil es soll ja natürlich aussehen und natürlich ist nicht so... Also natürlich generierte Bäume stehen nicht so nah beieinander. So, hier noch ein bisschen was weg. Wie man so viel noch dran klebt ja in den Bäumen, wenn man nicht alles weg macht. Also wenn man hier einfach mal so eine Birke stehen lässt. Oh, das ist ja echt ein bisschen übertrieben. Guck dir das mal an, alles noch Eichenlaub hier. Na, Hilfe. Das ist ja fast eine Eiche. So, komm, ich lasse das jetzt mal. Lieber mal was essen und vor allem mal durchs Portal gehen, endlich. Ach, ein Schwein. Ich dachte, das ist ein Skelett oder so. Ähm, Holz lässt sich hier, braucht man nicht. Birkenholz braucht man auch nicht. Knochen brauche ich nicht. Dann würde ich mal sagen, geht's mal rein. Mal sehen, wo wir rauskommen. Hoffentlich nicht an dem ersten Portal. Ja, da sind wir also. Koordinaten sind 20 und 49, aha. Hm. Wo geht's denn da lang? Lava-Level im Netto ist 32, okay. Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, das ist auch 12, wow. 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 Scheiße. Das war ja früher auch mal anders, ne? Wenn man in Seelensand läuft, da verbrennt man so auch an Lava. Wusste ich noch nicht. Soll ich nochmal alles testen? Nee, nee. Jetzt nicht. Nur wenn man an den Rand läuft. Wenn man dann schon in einem Block drin steht. Achso. Ich stelle mal ein bisschen hoch. Die Chunks. Bloß nicht rumfällen jetzt. Ein bisschen Glowstone kann ich mir mal abbauen. Und das Silk Touch. Na, sechs Stück. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich baue mich hier einfach mal durch den Berg. Mal sehen, wo wir rauskommen. Aber wir waren doch viel höher. Kann ich ja mal ein bisschen hochbauen. Ich will nicht wieder durch die Oberwelt zurück. Ich habe echt keinen Bock drauf. Hier sind wir in einer Höhle. So, da mal eine Festung. Ist das unsere? Ich kann nicht ranzoomen, weil ich Optifine nicht mehr drin habe. Nicht so gut. Optifine hatte ich nur eine Folge drin. Jetzt geht es nicht mehr. Weil ja hier immer der Offline-Rechner ist und so. Ach, ich dachte schon, dass das andere Portal jetzt ist. Und teuer haben wir uns durch den Berg gebaut und sind uns auch noch hier oben rausgekommen. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht mehr, was die Koordinaten waren von dem anderen. Sonst wäre ja alles locker, ne? Alles locker, sagt heute auch keiner mehr. Was? Außer Krong und so. Ähm... Wir müssen mal... Oh man, ich darf ihn runterfallen. Sag mal. Kommt der her. Äh... Ich denke mal, wir bauen uns dann mal hier hoch. Daddy, ey, das ist so gefährlich hier. So, hier oben sieht's schon mal besser aus. Hier sieht's nach Garst. Ach nee, nee, das ist noch neu. Ich weiß nicht, wo das war.